Ich habe für euch mal wieder einen absolut winzigen PC getestet, der so groß ist wie zwei Mäuse oder zwei Tassen. Darauf habe ich sogar Diablo 4 gespielt. Alle Infos über den Geekom A7 jetzt in diesem Video. Liebe Leute, mein Name ist Fragnad, herzlich willkommen und ich freue mich, dass Geekom diesen Channel schon wieder unterstützt, denn ich habe letztens erst einen Mini-PC für euch getestet, auf dem konnte ich Hades zocken. Jetzt sind wir nochmal eine Stufe nach oben gegangen, denn ich habe wie gesagt für euch den A7 von Geekom getestet und das ist schon ein sehr potenter Mini-PC, auch in einer echt edlen Optik, wie ich finde. Sieht sehr, sehr schick aus und wie gesagt, Diablo 4 konnte ich da drauf in HD zocken. Das ist schon mal eine Ansage für so einen winzigen PC. Vor allem unterscheidet sich der A7 zum Mini-IT12, den ich euch schon mal gezeigt habe, den du hinten an deinen Bildschirm schieben kannst, äh schrauben kannst. Der A7 hingegen ist mehr für auf den Tisch gedacht, sieht auch etwas edler aus. Für mich hat das Ganze echt eine Menge Spaß gemacht, einfach so ein Mini-Gerät in der Hand zu haben und darauf ein aktuelles Spiel zu spielen, ist schon irgendwie was Besonderes. Und es kann natürlich auch nur so gering von der Größe her sein, dadurch, dass es keinen Bildschirm hat wie jetzt ein Laptop. Und das Coole ist, der A7 ist sogar leiser als der IT12, den ich davor eben für euch testen durfte. Das Hitzemanagement ist nochmal deutlich verbessert. Ja, hier seht ihr ihn auch schon bei Geekom, eines der neuen Flaggschiffe, der A7 in meinem Fall. Je nachdem, in welcher Fassung ihr den haben möchtet, gibt es den natürlich mit einem Terabyte oder zwei Terabyte SSD. Mit einem AMD Ryzen R9 7940HS mit acht Kern, 16 Threads, 5,2 GHz, das ist echt eine hohe Taktung. Aber wie gesagt, für mich ist hier so Kern auf jeden Fall die Grafikverbesserung mit dem AMD Raiden 780M. Das ist jetzt natürlich keine krasse aktuelle Grafikkarte, aber man muss es immer in den Kontext der Größe setzen bei diesen Mini-PCs. Und dafür ist es echt insane. In dem Fall kommt es also doch auf die Größe an. Und ja, safe. Hier sehe ich den Use Case auch wieder, vor allem im Office, einfach kurz auf den Tisch gepackt, weil es so portable ist. Hast du in jedem Besprechungsraum oder so deinen mobilen PC mit dabei. Sehr cooler Use Case. Aber natürlich auch, ja klar, zum einfach mal zocken. In dem Fall ist jetzt Forza runtergeladen. Programmieren, ja, safe aus. Videobearbeitung, die frisst schon sehr viel Leistung und sehr viel vor allem auch Grafikkarte im Zweifelsfall. Je nachdem, was du rendern willst. Für ein HD-Video reicht es bestimmt. Auch beim A7 wieder entscheidend, alles an Anschlüssen, was du eigentlich brauchst, ist da. Du hast USB-Ports vorne, Kopfhörer, Ganze ist sleek, du kannst eine Karte links reinschieben. Anschließbar sind mehrere Bildschirme, also zwei, etliche USB-Ports noch auf der Rückseite. Ist auf jeden Fall top mit versorgt und das Ganze halt auf minimalem Platz. Ich würde es auf jeden Fall fühlen, das Ding mit in den Urlaub zu nehmen. Ja, in jeder Ferienwohnung gibt es eigentlich immer einen Fernseher. Schließt per HDMI-Kabel an, hast einen Controller mit dabei und dann kannst du halt auch zocken. Ist viel kleiner als irgendwelche Konsolen und daher finde ich ein optimaler Kompromiss. Gerade wenn es mal vielleicht ins Flugzeug sogar für euch geht, wo man eben keine Playstation oder so einpacken möchte. Was am A7 echt noch cool ist, wir haben nur 45 Watt Verbrauch im Schnitt. Das Ganze ist halt richtig winzig, noch kleiner als der IT13. Und ich würde auch sagen, als der IT12, den ich auch habe. Jo, auf jeden Fall, da seht ihr es nochmal. Der IT12 ist sogar noch ein bisschen größer als der A7. Crazy. Und klar, wir sprechen hier über eine etwas höhere Preisregion. Aber es ist halt immer noch im Rahmen, sage ich mal, im sehr kleinen Rahmen. Und ein ganz cooles Zwischending aus Produktivität und einer Möglichkeit zu zocken. Natürlich jetzt keine aktuellen AAA-Deatle auf 4K, aber das erwartet auch niemand, glaube ich, von euch. Da müsstet ihr dann mit einer externen Grafikkarte rangehen und dann wird es halt auch klappen. Da gibt es so Gehäuse und da packst du dann eine High-End-Grafikkarte rein, wenn du eine hast. Und das geht auch. Für euch gibt es allerdings nochmal coole Nachrichten. Ein 20-Euro-Rabattcode. Der gilt für den Geekom-Store und für Amazon. Der heißt Fragnat A7. Ja, den könnt ihr dann benutzen. Und die Links dazu findet ihr natürlich auch unter diesem Video. Ich muss sagen, in letzter Zeit bin ich riesiger Fan geworden von mobilem Zocken. Und umso mehr freue ich mich halt mehr Möglichkeiten, als jetzt ein Laptop zum Beispiel kennenzulernen oder normale Handheld-Devices, die halt meistens sehr, sehr wenig Leistung haben. Und da finde ich so ein Mini-PC echt eine coole Lösung. Und mit der Größe von zwei Tassen oder zwei Mäusen bist du halt echt sehr sparsam dabei. Vielen Dank an Geekom für die erneute Unterstützung des Kanals. Wie gesagt, Links zum Produkt findet ihr unter diesem Video. Ich finde das wahnsinnig cool, was mittlerweile alles möglich ist auf so kleinem Raum. Und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video nochmal wieder zu einem weiteren kleinen Tech-Gadget oder klassischerweise zu Gaming. Denn darum geht es hier ja auf dem Kanal eigentlich. Danke fürs Einschalten und ich wünsche euch noch den besten Tag aller Zeiten. Wir sehen uns demnächst. Ciao. Macht's gut.